Hi, Glenn hier und heute gebe ich euch mal einen Blick in eine Voice-Over-Produktion und zeige euch, wie ich da mit Plug-ins gearbeitet habe. Wir haben hier einen 15 Sekunden langen Werbespot des Möbelherstellers D-Life und das Projekt ist schon einige Jahre alt. Und ja, ich möchte einmal zeigen, wie ich hier mit Plug-ins gearbeitet habe, wie ich die Stimme bearbeitet habe, dass hier am Ende auch werbetauglich und fett klingt, sozusagen. Vorne weg hören wir erstmal in den Roh-Audio-Pfeil rein, direkt mit ein bisschen Hintergrundmusik, damit man ungefähr weiß, wie hier die Stimmung ist. Kreiere dein Königreich mit D-Life. Dein Massiv-Volz- und Polstermöbel-Shop mit schnellem und kostenlosem Versand. Nutze unseren Spring-Sale für einzigartige Designs mit bis zu 50% Rabatt. Jetzt shoppen auf D-Life. Deluxe Lifestyle. Das ist der Spot. Klingt noch ziemlich roh und ich möchte mit euch einmal durchgehen, wie man jetzt so eine Stimme bearbeiten könnte, dass hier am Ende halt auch werbetauglich klingt. Als allererstes bin ich damals hingegangen und habe ein Gate geladen. Das ist das Gate von Pro Tools. Das kommt direkt mit der Software und es ist so eingestellt, dass es sehr schnell aufgeht, eine Weile offen bleibt und dann relativ zackig wieder zugeht. Schauen wir mal. Kreiere dein Königreich mit D-Life. Dein Massiv-Volz- und Polstermöbel-Shop mit schnellem und kostenlosem Versand. Nutze unseren Spring-Sale für einzigartige Designs mit bis zu 50% Rabatt. Jetzt shoppen auf D-Life. Deluxe Lifestyle. Ihr seht also, in den Pausen, wo zum Beispiel ein Atmer sein könnte, schließt das Gate und schneidet diesen Atmer raus. Den brauchen wir vor allem nicht in der Werbung. Vorher bin ich jetzt hier wohl hingegangen und habe die Atmer auch selber rausgeschnitten. Wenn ich mal die Wellenform vergrößere, sieht man, hier ist auch wirklich nichts zwischen. Also eigentlich brauchen wir das Gate nicht. Trotzdem wollte ich euch das mal zeigen. So was ist immer ganz hilfreich. Wenn ihr allerdings Atmer wirklich sauber entfernen wollt, dann würde ich euch wirklich empfehlen, schneidet diese händisch raus. Denn so ein Gate kann das teilweise nicht gut erkennen und dann hört sich so ein Atmer geschnitten an oder ganz merkwürdig. Und deswegen würde ich Atmer in der Regel per Hand rausschneiden. Und so ein Gate kann nur noch nachträglich als Absicherung dienen. Okay, weiter geht's. Ich habe hier ein NS1 draufgeladen von der Firma Waves. Das ist ein Noise Suppressor. Auf Deutsch entfernt Störgeräusche. Zu dem Zeitpunkt war ich noch in meinem alten Studio und das klang noch nicht so gut wie dieser Raum hier. Und ich hatte leichten Raumsound drauf. Weil ich mir zu helfen weiß, habe ich dann einfach diesen Noise Suppressor ganz leicht eingestellt. Der entfernt mir jegliche Raumresonanzen und Hintergrundstörgeräusche. Das ist nicht die feine britische Art. Das ist relativ dreckig, so zu arbeiten. Aber ich habe es damals so gemacht. Das ist schon einige Jahre her. Und ja, das Tool ist trotzdem gut. Also wenn ihr auch einen Raum habt, der gerade noch nicht so gut klingt, und wir müssen es trotzdem abliefern oder auch im Urlaub, ist so ein Tool wirklich hilfreich. Und kann wirklich den Job noch retten. Ich mache auch nochmal ein extra Video zum Thema Denoising. Was dieses Tool macht, zeige ich euch jetzt. Kreiere dein Königreich mit D-Life. Dein Massiv-Volz- und Polstermöbel-Shop mit schnellem und kostenlosem Versand. Ihr merkt jetzt natürlich, es wird direkt dumpfer, je höher ich diesen Regler stelle. Normalerweise würde er, wenn wir jetzt Störgeräusche hätten, diese rausfiltern. In der Regel schon hier ab 10% Einspielung. Also ihr merkt, die Konsequenz von dem Denoising, vom Entfernen der Störgeräusche ist, dass wir auch einiges an Artikulation, Präsenz und Höhen verlieren. Und teilweise sogar Artefakte entstehen. Also irgendwelche Nebengeräusche, Störgeräusche, die wir nicht brauchen. Deswegen mit solchen Tools immer sehr, sehr vorsichtig umgehen. Und wenn ihr nicht sicher seid, könnt ihr eure Tontechniker, Kollegen fragen. Und vielleicht können die ja mal Feedback dazu geben. Gut, als nächstes finden wir hier einen Kompressor. Das ist der altbekannte 1176. Den bietet fast jede Plug-in-Firma in irgendeiner Form an. Das ist der hier von Universal Audio. Alle von euch, die ein Apollo-Interface haben, können hiervon auch die Legacy-Version nutzen. Das ist ein sehr toller Kompressor, der sehr schnell arbeitet. Ich habe den Kompressor nicht nur genommen, weil er sehr einfach einzustellen ist, sondern weil er auch gut klingt. Kompressoren färben ja. Das ist wie beim Kochen, wenn man nochmal eine Prise Salz oder andere Gewürze reinstreut, hat dieser Kompressor auch eine gewisse Klangfarbe, die er mit sich bringt. Und die ist ziemlich cool und hilft dem Vocal, also unserer Sprachaufnahme, nochmal einen Takt mehr nach vorne zu kommen und sich durchzusetzen. In meinem ersten Kompressor-Video habe ich euch ja Kompressoren erklärt. Die haben ja einen Threshold. Das hat dieser Kompressor nicht. Der ist viel einfacher zu bedienen. Wir haben hier einen Input-Regler, der bestimmt, wie viel Signal in den Kompressor reingeht und einen Output-Regler, mit dem wir das wieder so ein bisschen zurückregeln können, damit wir vor dem Komprimieren die gleiche Lautstärke haben wie nach dem Komprimieren. Das ist ganz wichtig. Dann haben wir hier noch die Attack- und Release-Zeiten. Und warum ich diesen Kompressor genommen habe, ist, weil er ist sehr schnell. Und ihr seht hier schon, die Attack ist relativ zügig und flott eingestellt. Das heißt, der Kompressor reagiert fast direkt, wenn ich anfange zu sprechen. Wir sehen hier den ersten Transienten. Der Transient ist immer der erste Ausschlag eurer Aufnahme. Den seht man hier. Das ist der erste Transient. Und der Kompressor ist so eingestellt, dass er relativ schnell arbeitet. Das heißt, Audiomaterial kommt durch. Und nach einer kurzen Zeit hier zum Beispiel fängt der Kompressor erst an zu arbeiten. Das hat zur Folge, dass wir die Sprachverständlichkeit nicht komplett nehmen. Wenn ich den Kompressor sehr schnell einstellen würde, würde er diesen Bereich direkt komprimieren. Und dann klingt es teilweise total verschluckt. Das habe ich auch schon mal in meinem vorherigen Video verdeutlicht. Und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass der Kompressor zügig anfängt zu arbeiten. Aber er sollte nicht die Sprachaufnahme verschlucken. Wenn die Attack auf 1 ist, das ist bei dem Plug-in-A-Rings andersrum. Also 1 ist eine sehr langsame Attack und 7 eine sehr schnelle. Dann hört ihr, wie viel mehr Stimme durchkommt durch die langsame Attack. Wenn wir die Attack schnell einstellen, werden die ersten Worte so ein bisschen verschluckt. Hört mal rein. Kreiere dein Königreich mit D-Life. Dein Massiv-Volz- und Polstermöbel-Shop mit schnellem und kostenlosem Versand. Bei dem Dein hört man das. Ich mache mal eine langsame Attack. Jetzt sollte man das ganz gut hören können. Dein Massiv-Volz- und Polstermöbel... Passiert auch nicht viel. Der Kompressor macht nicht viel. Jetzt stelle ich den mal auf schnell. Dein Massiv-Volz- und Polstermöbel... Das Dein... Wurde direkt runtergedrückt. Und in dem Fall sogar zu viel. Deswegen wollen wir eine moderate Attack haben. Als nächstes haben wir einen EQ. Der macht ganz grundlegende Sachen und filtert nur so ein bisschen diese Boxiness-Frequenzen raus. Ich zeige das mal. Dein Massiv-Volz- und Polstermöbel-Shop mit schnellem und kostenlosem Versand. Nutze unseren Spring-Sale für einzigartige Designs mit bis zu 50% Rabatt. Jetzt zoppen auf D-Live. Indem wir diese Frequenzen hier etwas rausfiltern. Also das sind ungefähr anderthalb dB und hier ein knappes dB. Machen wir nicht viel, aber wir sorgen dafür, dass der Vocal etwas aufgeräumter, definierter, punchiger klingt, also durchsetzungsfähiger. In der Werbung hat man ja auch eine gewisse Klangästhetik. Anders als in einem Hörbuch zum Beispiel. Hier oben boosten wir noch ein wenig die Sprachverständlichkeit und schneiden etwas Sizzeln raus. Jetzt kommt der zweite Kompressor. Den haben auch alle Apollo-Interface-User von euch. Das ist der altbekannte LR2A. Der ist noch einfacher zu bedienen. Wir haben hier lediglich einen Threshold. Der heißt Peak Reduction. Und dann einen Gain, um das Material wieder in der Lautstärke aufzuholen. Und dieser Kompressor arbeitet wesentlich langsamer als der 1176, den wir hier vorne in der Kette haben. Und jetzt kann man schon langsam erkennen, dieser 1176 reagiert wirklich nur auf die lautesten Peaks unserer Aufnahme. Den zweiten langsamen Kompressor, den nutze ich dafür, dass er allgemein die Lautstärke regelt und levelt. Ein Kompressor kümmert sich also wirklich nur um die lautesten Stellen und der andere Kompressor kümmert sich um das Allgemeine. Und das hat zur Folge, dass nicht nur ein Kompressor die ganze Arbeit machen muss, sondern die beiden teilen sich das so ein bisschen auf. Und dementsprechend haben wir ein noch smootheres, gleich klingenderes, schöneres Klangergebnis. Ich lasse mal laufen und wir schauen, wie die beiden Kompressoren arbeiten. Also man sieht, dieser Kompressor erholt sich auch wieder ganz schnell. Er komprimiert und springt direkt wieder auf 0 dB Gain Reduction zurück. Bei diesem Kompressor ist es anders. Er reagiert erstmal viel später und gleichzeitig erholt er sich auch viel langsamer. Und dadurch haben wir ein viel weicheres Leveling. Dann kommt ein Deesser, macht genau das, was er soll. Wir hören mal rein, auf welchen Bereich er hört. Genau, das soll einfach so ein bisschen getamed werden, damit es, wenn man es aufdreht und weiter komprimiert, nicht zu sehr ins Gesicht springt. Ja, macht jetzt so gerade ungefähr 7 dB Gain Reduction. Ihr könnt auch den Deesser von Pro Tools nehmen. Ich mag den, der lässt sich sehr einfach einstellen. Generell, die Plugins von FabFilter sind super. Und zudem kann man diesen Deesser einfach draufladen und in der Regel klingt es direkt gut. Man muss gar nicht mehr viel machen. Als nächstes der Mark EQ. Das ist schon ein etwas spezielleres Plugin und das braucht man sich jetzt nicht unbedingt kaufen. Man kann auch mit einem anderen EQ arbeiten. Dieser Equalizer ist allerdings dafür bekannt, dass er ein sogenanntes R-Band hat. Das heißt, wir können nicht nur 20 Kilohertz boosten, sondern sogar 40 Kilohertz. Und das können die wenigsten Equalizer. Hier habe ich mal einen Standard-Equalizer aufgeladen. Und ihr seht, der geht nur bis 20 Kilohertz. Also bis dahin, wo der Mensch auch theoretisch hören kann. Alles darüber ist eigentlich eher gefühlt anstatt gehört. Der Mensch wird niemals 40.000 Hertz hören können. Es klingt einfach nochmal frischer und etwas definierter. Und das kann man mit so einem Tool ganz gut hinbekommen. Es würde aber auch reichen, wenn ihr euren normalen EQ nehmt und einen Shave erstellt, der ungefähr dann auch bei 20 Kilohertz beginnt. Und dann habt ihr einen ähnlichen Effekt. Als letztes auch ein etwas fortgeschrittenes Plugin, was auch alle Apollo-User von euch haben sollten. Und zwar der Pull-Tag, auch in der Legacy-Version. Und er sieht vielleicht komplizierter aus, als er ist. Da man keine grafische Repräsentation hat, wie bei dem Pro-Q von gerade, muss man auf jeden Fall hören, anstatt zu gucken, was man macht. Und ich nutze diesen EQ eigentlich nur, um auch nochmal klanglich zu färben. Und vor allem, um 30 Hertz reinzudrehen und wieder rauszudrehen. Klingt erstmal kontraproduktiv. Und was passiert, wenn ihr zum Beispiel 30 Hertz reindreht? Dann erzeugt ihr ein Band. Und wenn ihr das Band wieder rausdreht, dann wird ungefähr, ja knapp neben den 30 Hertz, ein zweites Band erstellt, das das wieder rausnehmt. Und jetzt haben wir hier eine ganz interessante Kurve, die wesentlich besser klingt, als wenn ihr einfach ein Band nehmt und boostet und an der gleichen Stelle wieder cuttet. Dann haben wir ja fast gar keinen Effekt. Und dadurch, dass diese Bänder alle leicht verschoben sind, haben wir diesen sogenannten Pultic-Effekt und bekommen diese ganz interessanten Kurven. Das macht dieses ganze Plugin intern. Von daher ist es wirklich sinnvoll, die gleichen Frequenzen zu boosten und wieder rauszunehmen, damit man eben solche verschobenen Kurven bekommt, die echt ein einzigartiges Klangbild erzeugen. Und 30 Hertz, warum booste ich das? Ich habe ja immer gesagt, 80 Hertz, Low Cut, alles weiter drunter brauchen wir nicht. Allerdings erzeugt dieser tiefe Frequenzbereich wirklich nochmal ein richtig saftiges Bottom-End, was man auch gerade für Werbung gebrauchen kann. Klingt dann so. Kreiere dein Königreich mit D-Life. Dein Massiv-Volz- und Polstermöbel-Shop mit schnellem und kostenlosem Versand. Nutze unseren Spring Sale für einzigartige Designs mit bis zu 50% Rabatt. Also hiermit booste ich, damit nehme ich diesen Boost wieder raus. Und man merkt natürlich jetzt schon, dass es einfach saftiger klingt, ohne zu viel Bass zu haben. Und das ist eben genau dieser Effekt. Ja, und jetzt gucken wir mal, wie es vorher und nachher klingt. Das rohe Audio klingt so. Kreiere dein Königreich mit D-Life. Dein Massiv-Volz- und Polstermöbel-Shop mit schnellem und kostenlosem Versand. Nutze unseren Spring Sale für einzigartige Designs mit bis zu 50% Rabatt. Jetzt shoppen auf D-Life. Deluxe Lifestyle. Die ganzen Plugins schalte ich übrigens gleichzeitig aus, indem ich Control klicke und dann auf das erste Plugin klicke. Je nachdem, auf welches Plugin ihr klickt, wird alles da drunter ausgeschaltet. So kann man sich jetzt schon mal einen ziemlich fetten Vocal-Sound bauen. Ich bin dann noch weiter hingegangen und habe weitere Produktionsschritte angewandt, um diesen Sound auf das nächste Level zu bringen. Dazu aber nochmal ein neues Video. Das war es für heute. Das war also meine Vocal-Chain. Das ist schon etwas älter. Die funktioniert aber immer noch. Und ja, das ist dann der D-Life-Verbisspot. Kreiere dein Königreich mit D-Life. Dein Massiv-Volz- und Polstermöbel-Shop mit schnellem und kostenlosem Versand. Nutze unseren Spring Sale für einzigartige Designs mit bis zu 50% Rabatt. Jetzt shoppen auf D-Life. Deluxe Lifestyle. Ich hoffe, dieser schnelle kurze Einblick konnte euch ein bisschen helfen und ihr könnt euch vielleicht irgendwie was rausnehmen und kopieren und für eure Produktion verwenden. Ich habe auch nochmal einen Voice-Over-Cheatsheet erstellt und da habe ich genau solche ganzen Tipps nochmal zusammengefasst, auch ordentlich in der Tabelle. Die kann man sich dann neben der eigenen Produktion aufmachen und nochmal so ein bisschen rüber lugern. Und ja, wenn man sich nicht sicher ist, wie man dann seinen Kompressor oder seinen EQ einstellt, kann man da drauf gucken und dann wird einem gut geholfen. Den Link findet ihr in der Beschreibung unter dem Video und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, frohes Schaffen. Macht's gut. Fuck. Fuck. 북, zus exclusive Noe lapung, mit meinem baut.